4.4 Fortnite hat im letzten Jahr einen riesen Hype erfahren. Jedoch werden immer wieder Stimmen laut, dass es noch kein echter eSport-Titel ist. Wir haben mit Spielern darüber geredet, was ihre Meinung dazu ist. Glaubst du, es ist ein eSport, dass du ein wenig Geld involviert hast und viele Leute spielen da. Ich denke, es braucht vieles, um es ein echtes E-Sport zu machen. Um Fortnite etwas kompetitiv zu machen, um RNG zu entfernen, würde das definitiv viel helfen. Wir haben unsere Spieler gefragt, ob sie Apex Legends als Konkurrenz sehen und was sie vom Spiel halten. Sie können zusammenarbeiten, aber ich glaube nicht, dass Apex nicht die Kraft hat, die Fortnite macht. Ich denke, Apex, aus all den Battle Royales, die wir vorhin gesehen haben, ist die, die Fortnite zu beantworten.